Hey Leute, ich habe euch ja versprochen, wenn es ein Update gibt zu SUD, dann werde ich euch informieren. Jetzt wurde eine Version aufgespielt, also der PTR, das heißt, er wird bald kommen. Ich hoffe sehr, morgen mit den wöchentlichen Weiterungsarbeiten. Josh Greenfield hat sich auch bei Twitter, also besser gesagt bei X, dazu geäußert, dass der PTR diese Woche safe kommt und wahrscheinlich in ein paar Tagen. Also, wenn wir ihn nicht morgen sehen, dann vielleicht Donnerstag, Freitag. Es geht also bald los, Freunde. Ich freue mich riesig und ich werde den PTR wirklich, wirklich viel testen und ich werde euch viele Videos schicken und ich werde einige Klassen testen, einige Specs, Builds und was auch immer. Ich werde euch informieren, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, damit unterstützt ihr mich. Ansonsten hat Wowheit noch diesen Artikel veröffentlicht mit diesem Bild hier und zwar, das ist im Kalimdor. Ihr kennt dieses Lager, also da gibt es ja diese Furboys, diese fucking Freaks da hinten und das könnte vielleicht ein neuer Raid werden, Fragezeichen. Es wurde auf des Fotos auf jeden Fall aufgetaucht und ja, das schaut sehr interessant aus. Ich freue mich schon ein paar Furboys abzuschlachten. Ich kenne zwar die Geschichte von diesen Freaks nicht, aber es hört sich verdammt geil an, verdammt interessant an. Das ist mal ein ganz anderes Thema, was wir noch nie hatten. Von dem her schaut es geil aus. Also Leute, das war es mit dem kurzen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald! Vielen Dank.